und kutsche dabei weil wir mit ihm haben oder weil ja gar nicht hallo der ist kann erzähl mal keinen schmand hey leute hallo herzlich willkommen auf einem weiteren kanal von mir ich bin es wieder euer schlau kopf los wo bist du folgt kutscher auf instagram ja was los wo bist du bin tot ja geil weil menschen nicht omnivoren wann ist die beerdigung wann macht kevin mit dem nächsten im stream am besten klassiker erst mal ohne all in setzen hier hier sind leute an den geprägern alter hier ist eine goldene pistole jetzt das falsch rum an alle vor allem das schießt alle gut philipp weg ja hier schon ich darf jetzt nicht sagen weil ich tot bin ich komme ich gehe zu deinem gemälde das mal wieder um warte mal hier ist er dead was ich die marm max ist okay ich muss nur den verfolgen der hier lang gelaufen ist dann weiß ich wer es war garantiert alle hä was schießt du auf mich was du mir doch mal überhaupt stecken in der ecke wo ist er zu den film gut so gut so gut aber wir uns immer den scheiß der weiße ganze genau dass man die überall rumlaufen kann das war richtig werden dass du nicht normal random killst, fliegst du aus dem Projekt. Oder, Kutscha? Ja, war trotzdem kein Verdacht auf mich. Ich hab da nur das Bild angeguckt. Ich wollte meinen Zuschauern gerade zeigen, dass der... Hier, kommt mal alle mit. Hallo? Hier, auf dem... So, jetzt folgt mir mal alle. Hey, Splatterman. Richtig, ästliche Kackfresse. Ich zeig euch das jetzt. Kommt mal mit. Wo geht das lang? Hier. Auf der gegenüberliegenden Seite. Seid ihr noch da? Kommt alle mit. Du da beim Klavier. Turbo, Tim. Ich wollte eine Runde spielen. Okay, jetzt hier auf der gegenüberliegenden Seite. Achtung. Ja, da vorne war es schon. Jetzt rechts, jetzt rechts. Hä, nee, wo war das? Doch, da hinten war das. Ja, da ist das. Jetzt muss hier nur ein Zug kommen, ne? Wir sind alle dead. Hier, der Typ rechts unten. Der hält das Schwert fucking falsch rum. Achtung, es geht los. Ich weiß nicht. Das war Max. Das war klar. Ich bin Traitor. Blesk auch, oder nicht? Wo ist er denn jetzt? Das war einfach so klar. Natürlich war das klar. Ja, 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 ja. Du, guck mich nicht so an. Wirklich. Kutscher war sogar auch Traitor. Dann war es nur Max. Dann müssen wir auf Kutschers Leiche aufpassen. Oh Gott. Dann sind wir uns alle einig, es war Max, ja? Ja, aber hä, Max ist gar nicht mehr da. Ja, wie Max ist nicht mehr da? Du bist nicht gezischt. Wir müssen einfach nur auf Kutschers Leiche aufpassen. Quick, man. Quick, man. Kann ich den nicht identifizieren. Hä? Wer ist das schon? Hä? Max, wo steckst du mein Sonnenlicht? Ich suche dich und vermisse dich. Oh, das hat gerade geleckt. Ich vermisse deinem Atem, der mich zahnt berührt und mein Herz verführt. Ist Tim schon wieder auf Toilette, Alter? Hey, wow. Ey, wo ist denn der Maxi, Flexi, Sexy, Hasi, Alter? Vor allem S geht los und dann kommt der. Max-Aktion, Maxi-Mal-Belie. War aber klar, das ist so gut. Was wir jetzt nicht so gut gemacht haben, ist, dass wir uns getrennt haben. Das heißt, einer von uns ist gleich tot. Aber sonst ist es langweilig. Max hat doch keinen Aim-Ala. Ah, weiß ich nicht. Oh, ich habe gerade jemanden gesehen. Vlesk, der schleicht hier rum. Bin ich? Max ist diesmal nicht auf der Toilette. Vlesk, Vlesk, Vlesk. Vlesk ist der Traitor. Ah, nein. Oh Mann, stimmt ich was die ganze Zeit? Ich dummere hier hin. Boah, das Mega-Mindgame von Vlesk, Alter. Ich versuche mich einfach nur zu verstecken, ey. Hab ich nämlich gewonnen. Ich glaube, ich muss das Gemälde verfeinern. Boah, hat er recht hier mit dem Schwert hier. Guck mal. Okay, Karl-Heinz. Okay, es war... Christo war Inno. Komisch. Christo war Inno. Oh, nicht. Christo war Traitor und Toon. Oh, Karl, 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 Karl. Ja, bla 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 bla. Wir müssen uns eigentlich zusammentun, ist hier schon klar. Wenn wir hier bestehen wollen... Ich meine Kevin-Cosplay. Vlesk. Karl, Karl. Vlesk, Vlesk, Vlesk. Mann, jetzt glaube ich mir selber nicht mehr. Kalle, Kalle, Kalle. Das sind die schlimmsten 70 Sekunden meines Lebens, ey. Vlesk. Wo bist du, du Honk? Hä? Wie ist denn das denn? Kalle, 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 Kalle. Wie ist denn das passiert? Was war das denn? Jetzt bin ich aber verwirrt, doch. Also, Kalle war es nicht. Vlesk. Ja. Vlesk, wo bist du? Wir müssen zusammenbleiben. Kalle, 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 lebt wieder. Boah, ist das... Spannend, das Mindgame. Vlesk, 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 Vlesk. 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 Vlesk, ich habe nur 30 Sekunden. Ah, dahin bist du. Kalle, 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 lebt wieder. Gibt Overtime. Oh. Wusste nicht, dass es Sachen gibt, womit man die Leute nicht wendet. Ey, warst du Max? War Traitor? Nicht Vlesk? Ich mach den Thomas im 5-Leute-Reinkill, nur den Traitor. Nein, mich auch. Tim hat es auch gekriegt. Ja, Tim zählt ja nicht, Tim stirbt immer. Das stimmt, das ist halt echt so. Boah, aber das Mindgame war gut, oder? Ja, war krass, war krass. Ich habe fast nicht die Höhung gemacht. Ach, hör doch auf, ey. Aber, aber, ich meine, das kommt mit der Zeit, weil ich habe ja schon über 200 Folgen hinter mir. Ja, langsam wird es glaubwürdig. Genau. Bei mir ist Kalle. Kalle, Kalle. Kalle, Kalle. Was denn? Kutcha, Kutcha. Kutcha, mach doch nicht. Ja, Kalle. Ah, ich will nicht. Kutcha, komm mal her. Kutcha, komm mal her. Ich mache nur Hände, ich mache nur Hände. Komm mal her, hier, guck mal. Mein Papa hat früher auch gesagt, da hat es in der Backe ganz toll wehgetan. Ohne Verärmung. Okay, Leute, ich laufe jetzt ohne Hände, ja? Ich meine ohne Waffe. Ich bin Traitor. Komm mal, Fox. Ey, Tim, lass mal hier alles auf Rot setzen. Warte mal, da ist gerade wer gekillt worden. Kutchas, hast du auch gehört, oder? Ja, ich habe gehört, dass die überall in die Luft gespricht wurde. Ja, ich bin aber bei Kutcha. Wenn Kutchas ist, dann bin ich gleich tot. Ja, auch immer. Nee. Ich schaue mal ganz kurz, wo der hier gestorben ist. Und dann sage ich, oh, gut, scheiße, oder nicht? Hier ist doch wer in der Toilette. Komm raus. Komm raus, ich 10 bis 3. Warum warst du in der Toilette? Weil ich Angst habe, gestorben zu bedingen, hier getoilet zu werden. Du warst doch im Shop. Kalle war im Shop. Falls ihr Kalle seht, er schießt ihn. Warum? Er ist jetzt weggerannt, weil ich habe ihn leben lassen. Kalle, schieß dich mal an, einfach so, aus Sicherheit. Ja, weil du jetzt wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich Trader bist, so ein bisschen low schon mal. Bisschen low, Allah, ich habe 39. Ja, aber wenn du in der Toilette versteckst, niemand ist weit und breit und du hast all deinen nichts gesagt. Ich glaube, Kalle ist Trader. Könnt ihr mir kurz zuhören? Vlesk ist tot, der war Trader. Ja, dann, okay, dann einfach Kalle weg, Mann. Hä, warum? Ich bin es nicht. Ich bin es nicht, safe. Okay, warum nicht? Ja, aber ich wollte einfach mich nur verstecken, Allah. Warum safe, Allah? Okay, guck mal nach links unten. Welche Farbe hat das da? Grün oder Rot? Ja. Sitz der Herr, Trader. Er wollte Rot sagen, aber er kennt die Farbe nicht. Ich habe ihn fast bekommen damit. Ich glaube, Max ist es, weil er mich die ganze Zeit beschuldigt. Vlesk, Vlesk, Vlesk. Versteck mal den Trader-Kollegen. Ja, Christo, wir müssen zusammenbleiben. Wir sind Inno. Ja, genau. Guck mal, Vlesk, Vlesk, Vlesk. Kutschi, Kutschi, Allah. Christo, ich sehe dich. Bleib stehen oder ich schieße. Sehr gut. So, ich komme jetzt näher. Und wir wiederbeleben Vlesk. Ah, ich werde beschossen zum Turbo-Tim. Turbo-Tim, Turbo-Tim ist es. Okay, dann ist es Tim. Turbo-Tim draußen in den Müllcontainer. Draußen in den Müllcontainer. Es ist Kalle, es ist safe, Kalle. Ist das hier doof? Safe, es ist, aua. Kalle hat auf mich geschossen. Wieso schießt du auf mich? Dö, 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 dö. Schon wieder, Max? Da sitzt du aber. Es ist Christo, Christo ist es. Max, wo bist du? Du belebst gerade Vlesk wieder, ne? Eins gegen zwei, ich mache euch. Gegen den Strich. Tim, wer lebt mit dir alles noch? Du, Vlesk und ich. Und ich mache euch jetzt tot. Vlesk? Vlesk? Hä, der war doch tot. Hallo, ich bin auch noch. Achso. Dann ist es Kutscher, oder? Rum. Juma, was ist für dich? Komm raus, komm raus. Ich habe schon zwei Innos weggemacht. Die Quote kann jetzt... Ja, ja. Das ist ein Boom Buddy. Ich weiß das. Nein, drück drauf, das ist mein Leitchen. Dö, 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 dö. Also, Max, wie du nennen willst, ich weiß ja nicht, ne? Ups. Ich weiß nicht, warum Max so Trigger happy ist. Ich, hä? Wir gucken mal auf die Punkte. Ich, hä? Minus eins ist ja wohl noch voll okay. Ich hatte mal minus vierhundert oder so. Ne, wie viel hatten wir mal? Wir hatten mal richtig viel. Ja. Ja, lasst ein Like da, wenn ihr für random killed seid. Ansonsten disliked das Video. Geil. Danke. Du hast 1100 Karma, du Arsch. Ja, das ist gut. Weapon. Ach ja, da waren wir. Hey, Tim, Tim. Hey, hey, Burger Flipper. Hey, hey, was geht's? Ich bin gerade im Traitor Shop. Banano. Ich bin auch komplett im Traitor Shop, Alter. Weiß nicht, irgendwie... Ach, da. Hau dir jetzt in deinen Hoden. Oh, da ist... Aua. Äh, da kommt hier Thomas, ey. Wer den jetzt erwischt? Wir hatten jetzt hier schon wieder... Der geht immer so fix am Anfang der Runde, nicht wahr? Da ist immer einer down. Direkt. Aber stimmt der Max jetzt wieder. Hallo. Ja. Hä? Hä? Hier liegt so ein Defibrillator-Ding einfach rum. Hä? Kann ich damit wem wiederbeleben? Als Inno? Gebt ihr auf, als ich sterbe, okay? Ist das ein Prank, Alter? Gebt das auf, als ich sterbe, Philipp. Jo. Hä? Tim lebt jetzt wieder. Alter, geil. What the fuck? Warum war das? Nice. Mann, kallert aus, wie sie sind. Also du bist es nicht, aber wer ist es dann? Also ich glaube, Letzt war bei uns in der Nähe. Oder Christo? Wer hat sich denn gekillt, Tim? Da musst du doch wissen. Christo, glaube ich. Ich glaube, Christo war bei uns in der Nähe. Was ist jetzt wieder mit mir? Kalle hat aus Versehen, die Christo gekauft und hat ihn aus Versehen wegkauft. Wieso war ich das? Hast du irgendwie Lack gesoffen, Alter? Bist du behinderlich mit Christo gesagt? Hast du einen sitzen, Alter? Nee, aber du bist jetzt streiten, Mist. Ich habe nur Kalle gecheckt. Vielleicht war es auch Flest. Vielleicht sollten wir Flest einfach töten. Nee, ich habe doch gar nichts gemacht. Natürlich, du beschuldigst mich. Wir sind nur auf dieser Map hier. Wollen wir Sex in der Dusche haben? War ja schon Bock, aber... Und da hinten sitzt ja noch einer. Ah, Tim hat nämlich geschossen. Tim ist es, dann hol uns. Kutschi auch. Warum ich? Auf einmal liegt hier ein Desibrillator, Alter. Hey, Tim ist doch schon... Hier, hey, Kalle. Hallo. Du bist doch schon als in- und gedingst worden. Ich bin doch... Ey, bist du behindert, Kalle? Kalle ist einfach nur dumm. Wer ist das da? Bist du das da in der Dusche, Tim? Ja. Okay. Was geht hier ab, Alter? Es sind Christo und Flash. Versteck dich, Tim. 1000 Euro. Affe, ey. Alter, Christo! Ich glaube, ich komme gleich. Du bist halt One-Shot, ne? Als Mall-Kutscher. Du bist aber so klar. Alter, klappen können. Ich glaube, wenn man es mit mir machen kann, dann mit dir. Ich habe einfach mal mitgespielt, Alter. Schade. Quality-Runde. Ich sage mal, du bist tot, Hanno. Entschuldigung. Ich auch, aber... Ja, gut. Zweiter Strike. Für dich auch. Founder Strike, ne? Der dumm Opfer. Ich muss sagen, am Anfang, am Anfang habe ich sie abgekauft. Ganz kurz. So, hey. Du bist so dumm und schießt einfach. Ich habe gerade Spaß mitzuspielen. Kalle ist nur komplett überfordert mit der gesamten Diskussion. Meanwhile, Christo voller macht Tryhard mit Camouflage unterwegs. Er sagt die ganze Zeit nichts. Ich habe ihn ja gesehen ein paar Mal sogar. Ja, er hat das ein bisschen wackelig umgesetzt. Aber Übung macht den Meister Splatter, man. Ich wollte mich muten im TS, aber wenn ich mich mute, dann wechsle ich meine Waffe. Kriegst du so voll. Oh, ich mache jetzt ein Mite-Game. Ja, aber dann hat man so neben mir so blüb gehört, dieses Stoking-Geweiß verrollt. Ja, das hat immer ein bisschen lang gedauert. Gibt es hier eigentlich auch krasse Geheimgänge und so? Ja, man. Ich bin im Tresor, Leute. Geheimgang zu Hand of Blood, alle. Uh, uh. Hey, Junge, lass mal aufholen. Das ist mein Gang, ihr Arsch. So. Das ist das schöne Klavier, ne? Kann man das irgendwie leise machen? Hüseldorfer, warum ist das kein Schimmel? Kalle, 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 Kalle. Kalle, 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 Kalle. 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 Hanno? Hanno? Hanno, Hanno? Achso, das bin ich. Oh, oh. Also, ich mache hier erstmal den Tim. Confirm the death of two. Ich auch. Ah! Christopher Inno. Dann sagst du es nicht. Was war das? Leute, wir müssen hier ein bisschen ausmisten. Ja. Max, wo bist du denn? Ich bin ein Traitor-Shop. Ja, ich bin ein Traitor-Shop. Ich bin ein Traitor-Shop. Ich bin ein Traitor-Shop. ist ja richtig, wir haben richtig den Müll, Kutcher. War Philipp nicht auch Traitor? Ja, da müssen noch ein paar Sachen kommen. Ja! Und geile Sachen von früher sind nicht drin. Du kannst doch einfach in meiner alten Playlist nehmen. Aber Max war doch Traitor. Ja stimmt. Aber Philipp war doch auch Traitor. Ich war erinnert. Hey, da kommt eigentlich wieder der Randomat. Der Randomat. Stimmt, die gab's ja auch noch, Alter. Ja, den Randomat. Den hat deine Community extra für dich entworfen. Meine Community? Das sind alles Doofköpfe. Wow. Wow, weiß nicht. Versteck mich. Ey, Kalle hat mich geblockt, der ist TTT. Achtung, ich schieße auf mich. Achtung. Kalle, ich bin jetzt gerade im Traitor-Shop. Du bist jetzt gerade im Traitor-Shop. Philipp, du hast dich verändert. Genau, und ich werde jetzt den Thomas raus. Du bist einfach nicht mehr da selber. Und jetzt werde ich auf dich schießen. Nein, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte, ich wechsel mal. Warte, ich wechsel mal. Warte, ich wechsel mal. Warte, jetzt bin ich wirklich im Traitor-Shop. Ich wollte nur meinen. Und jetzt hole ich den Thomas raus. Ja, los. Ich bin ihm raus. Komm. Ich bin mal gleich. Oh Gott, Alter. Wuuu. Ey, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Ich bin Inno, ich schwöre. Ich schwöre. Du machst einen Fehler. Du machst einen Fehler. Ja, gut. Ich mach den Fehler. Wow. Tim. Oh. Ja, gut. Also, was soll ich denn? Ey, jetzt. Hallo, Leute. Was macht ihr denn? Ja, Leute. Wenn ihr TCT auch so feiert wie ich so. Lasst mich leichter. Und ein Abo. Und Glocke aktivieren, wenn ich Kutsche erschießen soll. Mann, ich kann mir gar nicht alle Items durchlesen, dann sind schon alle tot. Mal ein bisschen Abo mit euren Nieren. Alter, halten wir das mal an. Alter, halten wir das mal an. Mörder. Im ganzen Fleisch. Was dann auch geil wäre, ist, wenn ihr die ganze Zeit abonnieren schreit. Abonnieren. Da hinten ist ein Terrorist. Der schießt ihn. Oh, ich habe leider nicht getroffen. Nicht getroffen. Oh. Was ist das? Oh, ich kriege ihn gleich. Oh, wie das ist, Alter. Ich will die Boppe legen. Ah! Kalle schießt! Hallo! Random Pillar! Random Pillar! Oh, ich verstecke mich und bin kurz im Shop. Ich distanziere mich jetzt von dieser Schatten. Also, Kalle, das war ein bisschen schlecht. Oh, bei mir hat gerade jemand abonniert. Also auf Twitch hier kommt gerade der Lerd. Doppelklang. Oh, Max, du hornisexueller Boy. Ja, 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 ja. Bis Maximal Roy ist besser als Roy. All in, Kalle. Haha, er ist tot. Ey, Blaise, komm mal zurück. Er ist tot, der Loser. Blaise, komm mal zurück. Ich habe ihn erschossen. Oh, irgendwer spricht mit mir im Boy Chat. Ja, hallo. Tim? Ich bin auch Traitor. Es ist, glaube ich, hier dieser, es ist hier dieser komische Blaise. Blaise geschießt. Blaise geschießt. Irgendwer hat sich die Nase geputzt. Derjenige kann nicht Traitor sein. Blaise ist es. Blaise ist es. Woher weißt du das? Der hat auf mich geschossen gerade, aber der ist in diesem komischen... Blaise, nebst du noch? Blaise? Der war... Junge, natürlich redet der jetzt nicht mehr. Der war hier in dieser komischen... Ja, Tim, ich glaube du flunkerst. ...Ruine. Nein, ich schwöre! Ey, ich bin Fan von Blaise. Blaise ist es, ganz sicher. So, also du kannst erzählen, was du willst. Blaise ist es, ganz sicher. Ich häng den hier jetzt auf, Allah. Oh, hier das wird... Ey, nicht erschießen mich. Ich weiß doch, was du... Wenn ihr Vlesk seht, tötet den. Ey! Ich schwöre. Arme nach Schnickschnack. Nicht schießen! Du machst hier wieder eins deiner Mindgames, Kutscher! Hast du mich erwischt? Oh Mann! Aua! Auf mich wurde geschossen. Ich weiß nicht. Wie ist das? Es Vlesk! Aua. Ich hab Vlesk. Ich hab Vlesk. Bin das? Ich schwöre, ich hab Vlesk. Der ist tot. Ganz sicher. Ja, was schießt du auf mich? Es ist Vlesk. Aber das ist Vlesk! Das Mindgame ist tot. Ja Freunde, das macht TTT. Lasst einen Dislike da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wegkommen morgen. Ja, geh zu Spliderman und dislike sein Video weg. Danke. Tschüss. Tschüss.